Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu DLPTV. Hier ist euer Danny. Ja, heute mal leider mit keinem Videospiel. Leider bin ich im Umzug. Wie ihr euch vielleicht schon mitbekommen habt, werde ich die nächsten 2-3 Wochen nicht dazu kommen, für euch hier vor Let's Place am Start zu bringen. Das tut mir echt leid, aber es ist wirklich notwendig, diese Umzug. Aber das muss ich euch ja nicht erzählen, wie sowas ist. Hier ist jetzt ein Hintergrund, es ist alles im Abbau, leider noch. Und deswegen sage ich 2-3 Wochen, weil es wird sich noch ein bisschen hinziehen, alles. Und wie gesagt, zur Zeit bringe ich für euch zurück in die Zukunft. Da habe ich ein paar Let's Plays oder Parts aufgenommen. Die werde ich für euch jeden Tag freistellen, wenn ich es schaffe. Aber ich versuche es zumindest jeden Tag ein paar freizuschalten. Es wird aber bloß das eigentlich viel sein, leider. Und wie gesagt, wir werden dann in 2-3 Wochen oder auch in 4 Wochen dann wieder losstarten hier mit unseren Let's Plays wie gewohnt. Und werden dann auch wieder Landwirtschaftsthebelator 2013 für euch bringen mit dem Basti. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und wie gesagt, nimmt man sich viel übel und ja, wir schaffen das. Gut, ich würde sagen, wir bringen jetzt noch zurück in die Zukunft ein paar Teile. Das andere schaffe ich nicht. Und wie gesagt, ihr könnt auch gerne bei meinen Partnern, bei meinen Abos reingucken. Die bringen auch sehr, sehr viele gute Let's Plays. Ja, zum Beispiel wie unser Basti, der zur Zeit richtig gute Spiele am Start hat, muss ich echt sagen. Also wenn ich jetzt einmal abends im Bett liege und mein Handy nochmal schnappe, dann gucke ich mir gerne nochmal die Let's Plays an. Und sind echt, echt gut. Also, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich habe den Link oben an der linken Seite stehen. Und wenn ihr Lust dazu habt, könnt ihr die ja mal verfolgen. Und wenn nicht, sehen wir uns dann in 2-3-4 Wochen wieder. Ich werde dann nochmal einen Aufruf machen, wenn ich dann kurz vorm Startpunkt wieder bin, dass ich sage, jetzt kann ich wieder ordentlich Let's Plays für euch aufnehmen. Werden wir das machen. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Treue natürlich. Und alles Gute. Bis später. Ciao, ciao.